Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Morgen, ich bin Ryan. Willkommen bis Lekker Milite. Danke. Was für sich Sie unterbieten. Ja, absolut. Mein Name ist Ryan von den Berg, ich bin von Durbanville und ich habe eine Kunstgalerei. Ich bin Moga von den Berg, ich bin auch von Durbanville und ich bin ein Trouw- und Wunsch-Kurinerer. Ist das etwas, was Sie sehen auf dieser Reise? Ja, es ist schön, um ein bisschen jünger zu sein und vielleicht ein bisschen mehr Haare auf die Kopf zu bekommen und weniger Haare auf andere Plätze auf die Leis zu verweiden. Ja, ich denke, es ist schön, um Menschen zu wissen, dass wir ein paar Leis zu sehen haben, und so an. Und um nicht, um uns zu fühlen, um uns, ja, ein bisschen jünger, ein bisschen, ich denke, es wird wunderschön, um nicht wieder ein bisschen glüh zu haben, auf uns fallen, und dann auch nicht, um, um uns, lächer zu sleep in die Abend. Fasch! Ja. Rosi, was haben Sie für die Mögel planned für den Margot? Margot ist schon gesthalten, also wir werden einfach ein bisschen auf Glow- und Augmentieren some her beautiful natural features. Wir werden ein bisschen auf Biore- und Remodellung mit der Neck. Wir werden ein paar Pfeifen hier und da er, mehr mehr auf die Chemikalkulpeil, die Sünder, und all das, um das, um das ganze, und für Ryan, wir hatten einen Haare- und Ich kann nicht warten, zu sehen, wie die Endresultaten wird. Es ist so schön, dass ihr hier zu haben, Berien. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, ihr könnt so lange gehen und wegspringen. You're ready, auf den letzten 40 Sekunden? 4, 3, 2, 1. 40 Sekunden, ran auf den Platz und fühle dich uns an den Raus und dann gib mal all du hast! Ja, ich denke, mit der Erwachsenen kommt Energie und ich denke, dass es so fantastisch ist, um ein bisschen mehr für Leben zu fühlen und Energie zu haben, und ich hoffe, dass es ein bisschen mehr zu fühlen, an die Eindiglande ist. Let's get the energy up a little bit more, then there's the other side, and you have to go, are you guys scared of failing at this task, because it's quite a task. Empty the tank! Die kann sein, um Zeit zu kriegen, Kinder, in die Huisverband, um, um, ich denke, für einige Mal, um Zeit zu kriegen, um ein bisschen Energie zu geben, so ich denke, das wird die Eindiglande sein. 4, 3, 2, 1, und Recover! Well done! Wir haben eine lange Zeit, die vorliegt mit vier Morderns. Was kann ein Mensch auf Ihren Fall sitzen, während der Eindiglande sein? Weil ich, ja, kremieren und das ist sicher nicht eine gute Idee. No, so, you want to keep your skin regime as simple as possible when you're exercising, because you're going to be sweating. The chemicals inside your perspiration are going to interact with products, and you really want to get the most out of your actives. So, I would say, when you get home, you know, quick rinse, and then you can pop all your active ingredients on. Keep it simple, otherwise you're just wasting products. They're not going to be doing what they're supposed to be doing. You're actually destroying the integrity of the actives. So, yeah, keep it nice and easy peasy.